Hast du einen Vogel gefangen? Ja. Im Wohnzimmer? Ja. Aber der war draußen auf der Lanai. Mama, hier ist die. Guck mal, das ist hier, da kann ich mehr fliegen. Doch, ich glaube, der ist ja auch noch reingeflogen, der ist von der Uschi weg. Setz ihn hin, ich glaube, dann fliegt er weg. Aber ich bin in dem Wohnen, ich sehe immer diese Eltern von hier. Das ist okay, die sind vielleicht auch schon im Baum hier oben drin. Also, setz ihn mal da hin, setz ihn mal hin und guck, ob er dann wegfliegt. Nee, Schatz. Mossi, setz jetzt bitte den Vogel hin. Das ist kein Spielzeug, Moss. Danke. Guck.